Musik Der Kappel wird Disqualifikationen bekannt zu geben. Im Weltkampf Nummer 2 wird im ersten Laufe. Der Sprunglauf der Bahn 8 disqualifiziert, da bei der ersten Ende der Anschlag mit nur einer Hand erfolgte und bei der Bruststrecke die Beine nicht in einer Wagen durch die Ebene bewegt wurden, zeigt der Bekantgabe 14.55 Uhr. Im gleichen Lauf mit Kamp 2 wird der Sprunglauf der Bahn 1 disqualifiziert. Die Beine nicht auf einer waagerechten Ebene bewegt wurden und die Brustbeine durchgeführt wurden. Und ebenfalls im Lauf 1 wird der Sprunglauf der Bahn 7 disqualifiziert, da die Beine nicht in einer waagerechten Ebene geführt wurden in der Brustlage oder bei der Bruststrecke, zeigt der Bekantgabe 15.57 Uhr. Die Beine nicht in der Bruststrecke, die Beine nicht in der Bruststrecke, Beine nicht in der Bruststrecke, die Beine nicht in der Brustsikouf Amanin! Und die Bahn verteilt für den dritten und letzten Lauf. Bahn 1 Niklas Wiesner SC Lisa. Bahn 2, Nao Real-Bandteil ist der Pizze News. Beide, es ist wieder um zehn. Auf der Bahn vier stand der Karte am PRZ. Es ist noch eine Schmaßung.